Mein Name ist Anton Schlösser und ich bin Process Consultant bei der SAP Deutschland. Ich arbeite in der Prozessberatung, insbesondere im Bereich Product Lifecycle Management. Im PAM beraten wir insbesondere Unternehmen in der Discrete Manufacturing Industries, das heißt insbesondere Maschinenbauhersteller oder im Autonotive-Bereich. Ich persönlich bin auf einem Projekt bei einem Automobilhersteller und wir implementieren eine SAP-Lösung für Autokonfigurationen. Als Qualifikation für den Einstieg bei SAP sollte man ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftsinformatik oder zum Beispiel Ingenieurwissenschaften haben. Man sollte sehr gute Englischkenntnisse haben, im besten Fall auch einen Auslandsaufenthalt vorweisen können. Die entsprechenden Soft Skills mitbringen, wie Kundenorientierung oder Teamfähigkeit. Das Career Startup-Programm ist ein einjähriges Onboarding-Programm der SAP für Hochschulabsolventen und ist gegliedert in dreimal einmonatige Schulungsblöcke und dazwischen Praxisphasen im Projekt beim Kunden. Ich habe ein Buddy an meine Seite gestellt bekommen, mit dem ich alle Fragen, Probleme besprechen konnte. Für mich persönlich ist SAP ein attraktiver Arbeitgeber, weil die Firmenkultur sehr sympathisch und nett ist. Man duzt sich, wir haben freies Essen in der Kantine und jederzeit Kaffee. Also das trägt ganz schön gut bei für eine gute Atmosphäre im Betrieb.